Musik Macht er nicht hier diese Häuser mit Malungen? Fischer Art, ja, auf jeden Fall. Das ist der Künstler, der hier diese Passage ein bisschen ausgestaltet hat. Musik Es ist ein bisschen anders als normal, aber es sieht ganz gut aus. Ich hatte da ein riesiges Schwein, weil genau in der Zeit der Bauboom war und man konnte sich da wirklich austoben. Und gerade das in der Kalibnenstraße, das ist ja heimlich entstanden. Das ist ja ein Jahr lang hinter der Plane bemalt worden. Und am Tag X wurde die Plane abgenommen und das Ding war bunt. Das war traumhaft. Einige Denkmalschützer überlegen heute noch, ob sie nicht einen Bagger kaufen und das Ding niederreißen. Weil dieses Novum ist natürlich bitter für diese jugendstil geschützten Häuserflure, die da stehen. Aber jetzt kann man sich mal wegmachen. Tja, es steht dort. Schade. In einem farbigen Haus oder niemals in einem Rechtsradikaler wohnen. Da könnte man als Ausländer, wenn man verfolgt wird, von so einer Horte glatzen, immer dort klingeln. Da macht er bestimmt nicht eine Tür auf. Ein Künstler ist eigentlich dazu da, dass er sich einmischt und in seinen Mund aufmacht und bestimmte politische und wirtschaftliche Prozesse auf seine Art und Weise darstellt. Nur das macht es ja authentisch. Und all der andere Schwachsinn, den kann man eigentlich weglassen. Steindrucks auf jeden Fall die edelste Art, eine Kaffee herzustellen. Und da das bei dem Stein eh nicht schnell geht, entsteht hier eine ganz eigene Dichte von Zeichnungen, den Gedanken, die man hier im Kopf hatte. Heute könnt ihr mir ja schnell eine Zeichnung machen, die auf dem Kapierer legen und durchleiern. Aber da hätte man den Kran, der überall rumliegt. Das hier, das ist wirklich einzigartig. Wenn zehn, zwölf Farben übernommen gedruckt werden. Heftig. Und hier ist es ja traumhaft, die Bedingung. Hier werden ja die Steine von Geistessand geschliffen und es wird dann alles so hingestellt, dass man nur die Kunst macht. Das wird das Druckthema. Der Herr Müller. Das ist der Wart. In der Hochschule hast du dich da echt, da hast du die Farbe gedruckt, dann hast du das Ding durch die Leihau gezogen. Dann musstest du den Stein selber wieder abschleifen und die nächste Farbe einzeichnen. Da hast du Monate zu tun gehabt. Und hier ist es trotz edler, aufhändiger Technik das höchstmögliche an Professionalität, was hier dahinter steckt. Besser geht es nicht. Wenn das mehr Leute begreifen würden, dann müsste hier immer eine Schlange stehen, wenn Menschen hier drücken waren. Die TU Dresden, das war so der erste Auftrag, den ich als Student gewonnen hatte. Und da habe ich auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Das war so riesig, das Gebäude, dass das, als man dann das erste Stück angefangen hat, das wird nie fertig. Das kann gar nicht fertig werden. Als ich dann mitkriegte, dass ich das Ding gewonnen habe, per Telefon, auf der Autobahn war ich gerade unterwegs. Ha! Das war geil. Da konnte man nicht mehr kommen. Irgendeiner aus Bonn hat ein Buch von mir in die Hand genommen und hat das nach Dresden geschickt. In Dresden wiederum hat das jemand eingereicht für so ein Wettbewerb Kunst am Bau. Und diesen Kunst am Bau habe ich auch so gleich gewonnen. Und dann ist die Uni entstanden in Dresden. Eins der größten Bilder an Gebäuden überhaupt weltweit. Und das habe ich während meines Studiums schon gewonnen. Das war verrückt. Also besser geht es nicht. Also noch vieles, was dort an die Wand gekommen ist, ist direkt da entstanden im Kopf, wo man auf dem Gerüst stand. Das ist ja bestimmt genug Ideen im Kopf, um den ganzen Mars und den Mond auf einmal anzumalen. Das ist jetzt nicht das Ding. Du musst immer die Kraft haben und die Gesundheit, das Ding auch durchzuziehen. Wenn du dazwischendurch hast, du hast eine Lungenentzündung gekriegt und gehst da mit 40, 42 Fieber aufs Gerüst, da schwankt alles. Und dann denkst du, wo ist das Ding, da durchkriegen? Und wenn du natürlich erkältet bist, dann krank, wird es langsamer. Und du kommst nicht so schnell voran, wie du willst. Die Bilder, das sind ja alles so Sachen, das ist ja eine Flucht aus der Realität. Und das ist ja da entstanden. Ich habe ja schon in der Schule immer Klassenerzeit in Ordnung bekommen, weil ich meine Hefte und Bänke und die Wände und alles vollgemalt habe. Mein Lehrer hat mich immer gehänselt. Er denkt, er ist ein Künstler. Tja, was sie damals nicht wussten, ich war es schon. Und sie waren eben nur Lehrer. Das war immer alles ganz tragisch. Heute, wenn ich so eine Nase sehe, dann sagen sie immer, oh, Herr Fischer, wir wussten schon immer, aus ihm wird mal was ganz Großes. Ha, das war geil.